Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende, wir legen direkt los. Interessante Nachricht aus den USA kommt, wo ihr bestimmt ein bisschen mehr Einschätzungen noch zu leisten könnt als ich hier an der Stelle. Heißt nämlich, deutsche Politiker äußern sich besorgt über den Spionageballon. Auf die deutschen Politiker gehen wir gleich ein, erstmal auf diesen Spionageballon generell. Wir sehen das, das ist dieser klitzekleine weiße Punkt hier, also fast nicht erkennbar, denn der schwebt nämlich über dem US-Bundesstaat Montana in ca. 17 bis 18 Kilometern Höhe darüber. Und angeblich ist der wohl von den Chinesen und würde da irgendwelche Daten aufnehmen, was auch immer. Man weiß es halt nicht ganz genau und da frage ich jetzt mal ganz kritisch in die Runde, warum holen die den nicht runter? Offizielle Begründung ist wohl irgendwie, weil Trümmerteile runterfallen könnten oder sonst was? Sorry, aber wenn die USA wirklich besorgt ist darum, dass da irgendwelche sensiblen Daten, irgendwelche Aufnahmen gemacht werden oder sonstiges, wüsste ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Sicherheit, dass das Ding dann irgendwie runterfällt, davor geht. Also das kann ich nicht nachvollziehen, warum man dieses Teil nicht verhindert, hier am Weiterkommen oder Weiteraufnehmen von irgendwelchen Daten, welchen auch immer das sind. Und im Weiteren, wenn man dann jetzt hier hört, dass der Unionsfraktionssprecher Michael Brand dann hier sagt, selbst den Luftraum der USA nicht mehr zu respektieren, zeigt hier, dass China ein menschenrechtspolitischer Sprecher und so weiter ist, wie die Chinesen sich halt einfach verhalten. Sorry, aber vor der eigenen Haustür kehren, sage ich da ganz klar. Das muss man doch an der Stelle hier wirklich ganz klar sagen. Was haben wir denn mit dieser Situation jetzt im Expliziten zu tun? Unsere Politiker sollten sich bitte um unsere Politik kümmern und diese Außenpolitik erstmal sein lassen, oder? Sehe ich das falsch? Aber Außenpolitik ist, denke ich, auch das richtig passende Stichwort. Und der Stefan Aus, der Herausgeber der Welt am Sonntag, hat hier in einem Zitat wirklich dies hier gesagt. Dieses letzte Wort würde ich erstmal nicht aussprechen. Baerbocks politisches Geltungsbedürfnis entwickelt sich zu einer laut tickenden Zeit, B-Punkt. So sage ich das jetzt mal hier, um dieses Video nicht zu gefährden. Und ganz ehrlich, der Mann hat recht. Ich sehe das ähnlich. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, diese feministische Außenpolitik, wie es ja genannt wird, was für ein Quatsch alleine schon, ne? Bisher, die Leute, die sich dafür einsetzen, dass Geschlechter gleich sind, dass man nicht unterscheiden soll zwischen Mann gegen Mann, Frau und was weiß ich, was es noch für Geschlechter gibt, die sagen aber, wir machen keine normale, in Anführungsstrichen, Außenpolitik, sondern eine feministische. Das möge mir mal jemand in den Kommentaren bitte erklären, was das denn für eine Logik dahinter ist. Die kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Wir sehen einfach, Frau Baerbock möchte, Exempel statuieren ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber sie möchte sich ein Denkmal aufbauen. Sie als Person mit ihrer tollen feministischen Außenpolitik, die sie halt an den Tag legt, dass sie sich nichts gefallen lässt, dass sie draufhaut, dass sie ganz klar ihre Meinung sagt. Diplomatisches Ungeschick, diplomatisches Unvermögen, so nenne ich es. Weil überleg doch mal, was alleine abgeht. Eine ehemalige Greenpeace-Aktivistin, Geschäftsführerin, was auch immer sie war, ist in das Bundesaußenministerium aufgenommen worden. Gerne hier auch noch mal eine Quelle dazu aus dem Spiegel. Morgan Stemmerung, Ex-Greenpeace-Chefin im Auswärtigen Amt. Und die Frau musste dafür natürlich auch erstmal noch einen deutschen Pass bekommen, eingebürgert werden, ist US-Staatsamerikanerin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Alles wirklich unfassbar. Zugleich die Situation, dass die Anforderungen für Diplomaten im Auswärtigen Amt massiv nach unten gesetzt wurden. Das Ganze sehen wir beispielsweise bei Merkur.de aus dem Juli letzten Jahres. Baerbock ändert Diplomatentests. Unionspolitiker wittern grüne Vetternwirtschaft. Und klar, wenn natürlich die Qualifizierung oder überhaupt der Anspruch deutlich gesenkt wird oder werden muss, um Parteisoldaten, wie es so schön heißt, reinzuholen in die Versorgungsposten, offensichtlich funktioniert es. Und so holt man sich natürlich Fürsprecher in verschiedene wichtige Positionen, wie man einfach sieht. Und das ist wirklich unfassbar. Wir sehen, dass diese Qualität der Arbeit also immens nach unten gegangen ist, seitdem Baerbock dieses Amt inne hat. Und ich befürchte, dass wir eine weitere Eskalation sehen. Überlegt einfach Ihre Äußerung, die Sie gerade vor einigen Tagen gemacht haben. Mein Video damit ist ziemlich viral gegangen mit ca. 250.000 Aufrufen darüber. Einfach unfassbar, was diese Frau für einen Elefanten im Porzellanladen darstellt und sich wirklich nicht weiß, genau wie sie sich diplomatisch zu verhalten und vor allem zu äußern hat. Leute, jetzt wird es nochmal richtig lächerlich. Zieht euch das hier mal ein. Irre Ausrede der Klimakleber. Wegen Taliban und Putin nahmen wir den Asienflieger. Und ich habe ja bereits darüber berichtet, die zwei Kandidaten hier vom BILD, die machen gerade Urlaub in Bali. Ja klar, so ein Klimakleber-Dasein, das ist natürlich relativ anstrengend. Dabei Wind und Wetter, obwohl, nee, im Winter machen sie es ja eigentlich gar nicht bei dem schlechten Wetter. Egal. Aber auf jeden Fall auf der Straße zu sitzen. Und die sind ja jetzt nach Bali geflogen. Und das wird meiner Meinung nach ganz klar verurteilt. Die offizielle Aussage von der letzten Generation dazu, per Twitter, glaube ich, war es ja auch, Was man ganz klar unterscheiden muss, das machen die ja als Privatleute und nicht als Klimaschützer. Bedeutet, Klimaschützer, wenn das einer macht, dann ist das natürlich CO2 relevant. Auf der anderen Seite eben nicht, wenn das Privatleute machen. Ich bin eine Privatperson. Darf ich jetzt problemlos überall hinfliegen und muss mir das nicht vorhalten lassen? Offensichtlich schon, wenn man nach deren Moralvorstellungen geht. Kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das scheint aber nicht die einzige Begründung zu sein. Denn Luisa und Yannick, wie die beiden heißen, haben jetzt noch eine andere weitere Ausrede dafür. Denn sie hätten in den Asienflieger steigen müssen, weil es gerade zu vielen grausamen Konflikten in der Welt gäbe. Unter anderem Russland gegen die Ukraine und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Und deswegen konnten sie das Ganze nicht mehr über die Seidenstraße mit Zug und Bus machen. Ja, ob das wirklich geplant war, so zu machen und nicht von vornherein mit Flugzeug geplant, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz, so eine Begründung jetzt hier vorzusetzen, ist doch schon irrational, oder? Weil der Zug und der Bus, die hätten jetzt gar nichts ausgestoßen? Ist der Urlaub jetzt so wichtig, dass man nicht darauf verzichten kann? Überlegt euch das doch mal. Die Bildzeitung, schreibt das hier unten ja auch nochmal. Doppelmoral der Klimaaktivisten. Und speziell auf Luisa Neubauer, auch Langstrecken-Luisa wird sehr gerne genannt, darauf bezogen. Überlegt mal, die Dame ist 23 Jahre alt und schon um die halbe Welt gejettet, wie es steht. Indonesien, China, Kanada, Hongkong, Marokko, Namibia. Fernreisen, die nur die wenigsten Deutschen in ihrem Leben absolvieren. Neubauer wurde deshalb in den sozialen Medien der Spitzname Langstrecken-Luisa verpasst. Und das ist absolut berechtigt, wie ich persönlich finde. Der längste Flug, den ich in meinem ganzen Leben mal gemacht habe, war von Frankfurt am Main über München nach New York City. Als ich dort mein Studium gemacht habe. Das war nicht Urlaub oder sonst was. Das war, um mich weiterzubilden, um mein Auslandssemester dort zu machen, um dort zu arbeiten. Das war etwas ganz anderes als so etwas, als erfüllende Urlaube oder sonst etwas. Und dass so etwas uns verwehrt bleiben soll, finde ich absolut nicht in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich möchte dort ein anderes Land sehen, bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, das geht ja jetzt nun gar nicht und alles. Aber nein, diese Menschen wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und viel mehr noch. Überleg doch mal. Diese zwei Kandidaten sind jetzt in Bali, machen dort schönen Urlaub. Das ist bestimmt schön da. Würde ich auch gerne mal hin. Kann ich mir nicht leisten. Möchte ich nicht. Nein, steht nicht auf meiner To-Do-Liste, auf meiner Bucket-Liste, wie es so schön heißt. Aber was verbieten oder was verhindern diese Klimakleber? Richtig, dass wir zur Arbeit kommen, dass Staus entstehen, dass dadurch weiter CO2 emittiert wird für stehende Fahrzeuge, dass dort teilweise die Rettungskräfte nicht durchgekommen sind. Ich habe im letzten Jahr darüber berichtet. Das ist Doppelmoral. It is best. Interessant ist diese Nachricht, die ja so ganz klein laut am Rande irgendwo veröffentlicht wird. Man sieht, das sind auch null Kommentare bei Merkur dazu abgegeben. Hat mir auch nur ein Kumpel geschickt. Ich habe selber auch noch nicht irgendwo mitbekommen. Mal gucken, ob das in den nächsten Tagen ein bisschen größer wird. Wir wissen ja, dass seit Anfang diesen Jahres in der EU beschlossen wurde, mit der Richtlinie 2023-5, glaube ich, war es, dass erlaubt wird, dass noch mehr Insekten, ist ja schon der Bestandteil teilweise in den Lebensmitteln, noch mehr Lebensmittel in Insekten sein dürfen. So zum Beispiel nämlich hier Larven von Getreideschimmelkäfern und auch den Hausgrillen. So, und das wurde nochmal von der EU-Kommission so abgesegnet. Und das ist natürlich gut und toll für uns. Dass aber, die es unter den lateinischen Begriffen in dem Inhaltsverzeichnis oder in dem Zutatenverzeichnis auf den Verpackungen draufsteht, dass Allergiker dadurch ganz große Probleme bekommen werden, darüber spricht irgendwie niemand. Das finde ich sehr traurig. Ich habe das in meinem Video bereits getan. Und jetzt kommt aber diese Nachricht hier. Katar verbietet die Beimischung von Insekten in Lebensmitteln. Ach, wieder mal ein Land, welches nicht in der EU ist, setzt sich so durch und sagt hier, nein, sowas machen wir nicht, sowas möchten wir nicht. Das ist hier ganz speziell darauf bezogen, dass es nämlich nicht religiös wäre bei denen. Der Grund interessiert mich ehrlich gesagt aber auch gar nicht. Ich finde es einfach nur gut, dass es verboten ist. Oder, naja, das ist vielleicht falsch. Vielleicht finde ich es gar nicht gut, dass es verboten ist. Das kann man jedem Hersteller selbst überlassen. Weil ich, wenn ich die Möglichkeit habe, dass dann auf der Verpackung vielleicht so eine ganz große Grille abgebildet ist, dass ich direkt sehe und nicht nachlesen muss, ist da irgendwo dieser Bestandteil drin, dass ich direkt von vornherein weiß, kaufe ich einfach nicht. Weil, ganz ehrlich, ich möchte das nicht kaufen. Ich möchte nicht rauskriegen, ob ich irgendwie eine Allergie gegen irgendwas von diesen Lebensmitteln, von diesen Tieren in den Lebensmitteln so rum habe. Dieses Risiko möchte ich gar nicht eingehen für mich persönlich. Aber, dass wir sowas so klammheimlich über die Zutatenliste ganz, ganz anonym in dem lateinischen Begriff dann nur mitgeteilt bekommen, das ist wiederum eine bodenlose Frechheit, finde ich. Jetzt schreibt mal eure Meinung gerne unten rein. Ich bin gespannt drauf. Schönes Wochenende euch noch. Haut rein bis zum nächsten und ciao.